Der Basenji, auch Kongo-Terrier, ist eine von der FCI anerkannte Hunderasse. FCI Gruppe 5, Sektion 6, Standardnummer 43. Herkunft und Geschichtliches Der Basenji zählt zu den urtümlichen Hunden, den Pariah-Hunden bzw. Shensi-Hunden. Basenjis können durchaus bellen. Ihr Bellen ist aber einsilbig, wenig melodisch und kommt nur selten zur Anwendung, worin sie den Wölfen ähneln. Es wird angenommen, dass die Rasse entweder vom ägyptischen Thersem abstammt oder von dessen Vorfahren. In seinem Erscheinungsbild ist er dem Thersem sehr ähnlich. Der Name Basenji bedeutet in der Übersetzung so viel wie kleines wildes Ding aus dem Busch, was in der Sprache der Pückenmähen wie Basenji klingt. Der Basenji entstammt im zentralen Afrika und wurde dort 1870 von den Briten entdeckt. Seit den 1930er Jahren wird er systematisch als Hunderasse gezüchtet. Mit den Pygmähen leben die Basenjis auch heute noch im Regenwald und treiben das Wild in dafür aufgespannte Netze. 1868 oder 1871 entdeckte Georg Schweinfurt ihm auffallende Hunde im Gebiet Ba-el-Gasal, Südsudan, als Jagdhelfer bei den Nyam-Nyam-Asande und Mangbetu. Beschreibung Der Basenji ähnelt vom Typ her dem Spitz. Seine Widerrisshöhe beträgt 40 bis 43 cm. Er ist ca. 11 kg schwer. Das Haar ist kurz, glänzend, dicht und sehr fein. In den Farben ist das Fell rein schwarz und weiß, rotbraun und weiß, schwarz, lohfarben und weiß mit lohfarbenen kleinen Abzeichen über den Augen, schwarz, lohfarben und weiß. Gestromt ist das Fell gekennzeichnet durch schwarze Streifen auf rotbraunem Grund. Vom Hals an bis zur Brust zeichnet sich das Fell durch eine weiße Fläche aus. Die Rute sollte immer aufgedreht sein und an ihrem Ende eine weiße Spitze besitzen. Haltung Diese Tiere sind ausgesprochen reinlich, riechen nicht, verlieren kaum Haare und verlangen nur sehr wenig Pflege. Da Basenjis relativ kälteempfindlich sind, sollten sie im Haus oder in der Wohnung gehalten werden. Die Hündinnen der Rasse werden nur einmal im Jahr läufig. Basenjis benötigen sehr viel Auslauf und Beschäftigung, vor allem wenn man den Basenji in der Stadt hält. Diese Rasse verlangt dem Halter einiges an Kenntnissen über Hunde ab, für Anfänger ist ein Basenji daher nicht geeignet. In ihrem gewohnten Umfeld, zum Beispiel in der Wohnung, sind Basenjis grundsätzlich von gelassener Natur, verfolgen das Geschehen um sie herum aber stets aufmerksam, um sofort auf dem Sprung zu sein, wenn etwas Interessantes geschieht. Im Freien entfalten sie ihr volles Temperament. Dort lieben sie es zu rennen und lassen sich kaum durch etwas anderes von ihrem aktuellen Interesse abhalten. Basenjis sind recht dickköpfig und versuchen meist, ihre eigenen Bedürfnisse in den Vordergrund zu stellen. In jedem Fall gelingt die Erziehung nur auf der Basis einer ausgesprochen starken Vertrauensbeziehung zur jeweiligen Bezugsperson, sowie im Rahmen einer klaren und stabilen Rangordnung. Für die Erziehung muss besonders in den ersten Jahren viel Zeit eingeplant und sehr viel Geduld aufgebracht werden. In jedem Fall gelingt die Erziehung die Erziehung 1.9 km. In jedem Fall gelingt die Erziehung der Erziehung des St == Gr称 for Rang though fixiert.